Endlich ist wieder Fasching und ich kann mein cooles Kostüm anziehen. Ja Mai, du schaust ja großartig aus, mein Madel. Danke, du auch. Kinder, wir wollen los. Ich bin fertig. Es dauert bei mir noch ein bisschen. Wir warten, Greta, kein Problem. Was für ein Kostüm hat sich denn Greta dieses Jahr eigentlich ausgesucht? Das weiß ich auch nicht, sie wollte mir das nicht sagen. Na da bin ich aber gespannt. Äh, Greta, eine Meerjungfrau? Ja, hi, hi, hi. Ähm, ja, das sieht zwar gut aus. Aber zum Laufen etwas schwierig, oder? Aber ich möchte das Kostüm anbehalten. Na dann, okay, wenn du meinst. Es geht los. Ja, es geht los. Die Pferde sehen ja toll aus. Das ist ja ein cooles Kostüm. Voll das Riesenmonster. Hallo, ich bin das Gruselmonster. Hahaha. Hihi, hab ich mich erschreckt. Andere Kinder werde ich noch erschrecken. Das wirst du sehen. Hahaha. Der glaubt, weil ich hab Angst. Hey, guckt mal. Komm, du Zauberstab, zu deiner Meisterin. Das war ja cool. Oh ja, das stimmt. Ich hab die fette Beute. Hahaha. Wie cool, ein Piratenschiff. Was kommt denn jetzt? Hihi, das ist ja eine Badewanne. Oh, wie witzig. Hallöne. Hallo. Hey, meine Badewanne fährt weg. Eine Kamelkarawane mit echten Kamelen. Das ist ja Aladin mit Abu. Mein Meister, was kann ich für dich tun? Da fällt mir gleich was ein. Was wohl als nächstes kommt? Rapunzel, Rapunzel, wirf dein Haar herunter. Oh, mein Prinz kommt. Oder, äh, doch nicht. Oh, schade. Tschüss. Unser armes Schneemädchen. Schneewittchen, lasst mich zu Schneewittchen. Wo bin ich? Bei mir, Schneewittchen. Und wer bist du? Na, der Prinz. Na, das kann ja jeder sagen. Hast du deinen Ausweis dabei? Äh, nee. Na, dann hinab mit dir. Aber, aber, ich bin doch der Prinz. Das war ja mal Orgimel. Ja, mal was ganz anderes. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. Oh, das Rumpelstielchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiß. Oh, wie schön, Meerjungfrauen. Hey, da ist ja eine Meerjungfrau. Leute, wir haben eine von uns verloren. Sammelt sie ein. Meinen die mich? Hi, hi, hi. Willst du mit uns ein Stück mitfahren, kleine Meerjungfrau? Darf ich, Papa? Der Papa darf natürlich auch mit. Na, da sagen wir doch nicht nein. Tschüss, Mama. Tschüss, Anna. Hä, und wo treffen wir uns? Na, am Endpunkt. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ha, 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 ha. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren. Eure Familie Jansen.